Okay, wir sind zurück in den Spiel. Wir haben mehr Zettel. Wir können das Geld gehen. Zu late, Sch***hör. Wir geben uns keine zweite Chance. Es war ein Mixer. Wir machen es nur ein Zeitpunkt. Ich höre. Was? Jetzt sind sie erstmal schockiert. Ja, dann schießt er auch weiter. Ja, klasse. Sicher ist sicher. Weg mit dem Kerl. Der andere rennt. Gut, das ist zwar richtig assi, dem in den Rücken zu schießen, aber... Boah, f***. Get back there! Smoke him out! We gotta get out of here! No shit! Get those bastards! Cover our people and get them to the RV! Cover our people? We gotta get out of here! We gotta get out of here! We gotta get out of here. Ja, blem! Ja, einen haben wir. Gut, den haben wir auch weg. Den glaub ich knapp ey. Clementine! Clementine! Ja toll, jetzt werden die Wände ja noch zu Zombies. Das Problem ist, dass man hier nicht wirklich irgendwas sieht. Oh Scheiße. Drüben ist was. Fuck! Shit! Ist die Steuerung einfach nicht passend genug dafür. Aber gut, ist ja ein fairer Jackpot. Hilfe! Hilfe! Katja, häng auf! Aber man erkennt dieses schwarze Mittelding nicht Bescheid. Wo ist er? Er ist hinter der Bandschule. Schau deinen Scheiß nach hinten! Gut, den einen haben wir. Besser weggehen. Hä? Okay, ich muss erst den rechten umnieten. Na klasse. Skip it! Skip it! Das ist echt übel, die Szene. Die ist anstrengend. Weil es halt etwas gänzlich anderes ist als das, was bisher das Spiel immer gemacht hat. So, noch, noch. Gut, den haben wir. Jetzt müssen wir wieder an die Stelle nachkommen. Das ist, glaube ich, bisher unser Cliff. Okay. Cliff, get inside the RV! It's gonna be okay, go! Shit! Ist die gebissen worden? No! Bells! Left side! Left side! The right side! Einglück muss man nicht so genau schießen. Einglück hab ich... Sauviel Munition. Lilly! Last Chance! Get down here! Lilly! Komm endlich! Shit! Mach hinne! Alter! Was ist das denn für diese Climps? I'm fine! I'm fine! Oh shit! Oh shit! Oh shit! I'm sorry! Calm down! We need to figure out why this happened. Nobody died. We're okay, right? Katja, you're okay? We just lost everything. But we have our health! Kat's head is split open! I'm fine. Somebody in here caused this. Settle down back there. The bandits have had our number for weeks. This is different. Somebody was working with them. Whoever it was was slipping them our meds. They didn't get their last package, so they attacked. Calm down back there! That's nuts! Lee found a bag of supplies hidden outside the wall. It's true. So, Ben. I think we need to talk. Whoa, what? Lily, let's think about this logically, no? Logically? The new guy who could have easily been a plant? I think that's pretty logical, Doug. You think I'd do anything to hurt you guys? Don't play dumb. Were you hoping they'd eventually kill us all and you could join them? Why, Ben? What makes you think it was him? He's always so eager to see what supplies we found. He came into this crew a stranger from the woods. It's pretty good to me. I came into this crew as a stranger. So you're saying you did it? Nobody did anything. I know I don't get wrapped up in the politics around here, but we really need to think before we start stringing somebody up. Doug, I appreciate your concern, but we have all the evidence we need. You have evidence? Doug's right. Let's just get on down the road. We can talk this out like a dog. Why give someone who almost killed us the opportunity? Lee, you know what we found. Just let me out of the car. I'll go. I didn't do it, but I'll go. Good. That sounds great. Lily, look at him. Fuck. Jesus, I didn't. Look at me in the eyes and tell me you didn't have anything to do with it. I... Shit! What's going on up there? I hit something. We gotta stop. Alright, well, we can deal with this now, then. We can deal with this now, then. Der war durch. We can deal with this now. We can deal with this now, then. Kenny, is it safe? Should be. Everybody out. Lily... Out. Kenny, the RV has some surface damage, but there's a walker trapped underneath. God damn it. Everyone, keep your eyes peeled. You know what? We shouldn't just kick you out. We should hear what everybody thinks. I think you should chill out. Please. Look, it wasn't me. Please stop accusing me. I'm not doing this. Just tell us you didn't. I'm not doing this. Come on, Lee. You're the one who found them. You can't just abstain. Fuck all that. This is nuts. We're out here on the side of the road. Okay, fine then. Kenny? I don't know. Fuck. Just stop, would you? Well, your vote counts for you and Katja. We don't need all these votes. What do I have to do for you to trust me? I'll do anything. I'll do watches for months. The hell you will. I'll get more food. More medicine. Anything? Do you think any of that is good now? He's broken, Lily. I can see that. Do we need any more evidence than this? Evidence or not, this isn't any way to treat one of us. I've heard enough out of you, okay, Doug? Kenny, what's it gonna be? Just give me a damn minute. Ben, you have until Kenny kills that walker to tell me it was you. No, Ben! You know I can't. Please don't kick me out of the groove. We won't. Tell me. Now. Please, let's just get back in the RV. I can't handle this. There. I got him. Now. What the fuck's the problem? No! Doug? Von wem wurde Doug erschossen? Warum hat Lily jetzt Doug erschossen? Lily! Hättet ihr dann die Tussi erschossen? Holy fuck. Kenny! Was ist passiert? Keep Doug away from the windows! Jesus Christ! Get in! We're leaving this crazy bitch! I didn't mean to. It wasn't supposed to be him. Get in and we'll figure out what you do with you. Yeah, here on the ground. What are we gonna do with her? Just get in. We'll figure out what to do with you. It's a bad idea, Lee. She's a murderer for shit's sake. I'm a murderer? You've had Lee with you this whole time. What are you talking about? He didn't tell you. He killed someone before all of this. He was a convicted murderer. Yeah, man. Is that true, Lee? Yes. Fucking hell. Were you ever gonna get around to telling me that? You got a little girl with you. I don't want to hear it. From either of you. Just get in! Everything's fucked up. Are you happy now? Bitch. Fuck. Die Episode ist noch härter als die anderen beiden. Actionreicher, aber härter. Meine Güte. Watcher. Lee? A word please. Okay. Dann erzählen wir ihr mal alles. What's up? Is stuck feeling alright? Not close in. What the fuck? Happened during the raid. What's the plan? He's gonna turn. We don't know that. Gotcha. What do we really know? None of us have been bitten. We don't know what the time frame is for a child. Fuck duck. We know nothing. I'm going to monitor him and focus on the wound and see if his condition changes. We keep the same plan unless something changes. East. Guys. What else is there to do? We thought you should know. Not that you've ever afforded us that type of luxury. Anyway. If you could tell Clementine, I would appreciate it. Na super. Duck is schwer verwundet. Wird wahrscheinlich sterben. Clem's doch am Ende der Geschichte total im Arsch. Duck is bitten. Huh? You got bitten by a walker trying to escape the motel. I... Don't feel good. What about duck? What about duck? There was no time for a burial. Walkers? Yeah. Horrible. Yeah. Machen wir's ein bisschen anders. Formen wir die Geschichte ein bisschen um. Glad I have you. I'm glad I have you. Me too. I heard you outside my treehouse that day. And thought about dropping a hammer on your head. That's nice. That's nice. I didn't though. Good thing. Thanks. Good thing. You at all. Nothing. Ah. You know... Okay? You got me that really teams. That's cool. You have to go? What happened? We stayed dead! Get out of me! Oh. Jesus. Is that cool? Mein Herz. Gott. Clem. Bitte werd niemals gebissen. Bitte. Alter, wie dieses Spiel es schafft, Emotionen aufzubauen. Hammer. Das kenne ich in der Form von keinem anderen Spiel. Jetzt müssen wir uns mit diesem. Achievement. Unsere Gruppe wird auch immer kleiner. Hey, Clem. Okay. Why don't you and I go look around? Yeah, everyone else relax. Clem, stay close to Kenny and Cat, okay? Lee, if you come across anything to drink, if there's a dining car or something, I think Duck's a bit dehydrated. It's a freighter, hun. Be careful in there. Was? Denkst du, dass es etwas gefährliches ist, in einem abandondeten Lokomotiven? Ich habe das nicht geblieben. Was hast du mit Lilly getan? Ich weiß nicht. Sie hat sie verlassen? Ich habe nie gesehen, dass jemand jemand so zu töten. Du hast ein paar andere Sachen gesehen. Ja, aber nicht so. Du bist glücklich, dass du mit uns mit uns all diese Zeit bist? Ja. Wirklich? Es ist mit dir, oder? Ja. Du denkst, dass das besser ist? Ja, natürlich. War es du? Nicht das wieder. War es? Nein! Okay, dann. Wir haben zwar nachgefragt, aber es war notwendig. Nicht ohne weiteres. Wir könnten da hoch, oder hier rein. Wir gucken erst mal hier. Schuh-Outlet. Ja, ein paar neue Schuhe könnten wir vielleicht gebrauchen. Ja? Hm. Lass mal angucken. Mitnehmen. Ganz, ganz wichtig. Das ist gut! Das ist gut! Okay. Ah! Eine Bottle. Eine Bottle. Eine Bottle. Dann nehmen wir es mit. Dann machen wir das erstmal. Und bringen das mal zu Katja und dann gehen wir auf die andere Seite. runter da. So. To Katja. Hier. Hier. Found some water. Oh, thank you. Perfect. He's allergic to bees. Is that right? It's all I can keep thinking about. Like, somehow that matters. It doesn't. I know. Well, I don't. I don't. I don't know. I don't know. Something I suppose. I don't know what we can do. She killed him. Yes, she did. Yeah. It's horrible. Okay. Wir haben also inzwischen jetzt zwei, äh, Mörder bei uns in der Gruppe. Plus uns. Toll. Drei Mörder. Zwei Kinder. Diese Tracks leaden right to Savannah. Holy hell. Can you guys see about moving that thing? We could have something here. Yeah, we're on it. Okay. Gehen wir da nochmal rein. Und gucken, was geht. Auf der anderen Seite. Und dann gucken wir uns den Triebwagen an. Okay. Hier dürfen wir nix machen. Ah, hier. Dann machen wir das doch. Fuck. Fuck. Broke. Okay, wir kriegen das nicht so ohne weiteres auseinander. Dann gehen wir da. Ja, hab ich auch vor. Warum macht der denn was anderes? Hm. Okay. Dann mal ins Führerhaus gehen. Vielleicht ist da irgendetwas, womit wir den Pin da rauskriegen. Nee, da können wir nix machen. Hm. Okay. Wir können hier vorne noch nichts machen. Okay. Okay. Nothing to say anymore, huh? Okay. Ähm. Gut, dann reden wir mal mit ihr. Irgendwer muss es ja machen. Ach, ich will doch gar nicht raus. Ich dachte, der wäre irgendwas. Ich hab' zu schnell geklickt. Okay. Let's face this. Hey, Lily. Lily. I'm sitting here tied up like an animal while you guys decide what to do with me. It's not like that. Then what's it like? To kill the person. Sick bitch. Lily. Okay, wir dürfen nichts machen. Ja. Okay. Okay. Ah, da unten, da geht irgendwas. Ernst du? Hier goes nothing. I'm leaving. Don't move. Don't you fucking move. I'm not going to hurt you. Come with me. We could take the RV right now. You left the keys in it. No way. Didn't think you would say yes. I can't let you take the RV. Don't be crazy. You're not letting me take it. Sorry, Lee. I really am. Oh, da. Holy shit. She's stealing the RV. Lily. Lily. Come back here, you crazy bitch. Oh, God. Fuck. Stop. Emotional in allem zumuten in dieser Episode. Übelst. We're fucked. We're fucked. Yeah, we are. We're fucked. We're fucked. Maybe, man. Maybe. Oh. So much bad decisions. We'll figure out how this thing works. We can't spend the night out here. Duck is still sick, you know. We need to get to the city. The coast. Oh. Oh. Mit dem können wir nicht weiter reden. Muss da noch irgendwas gehen? Wir haben nur ein Pencil. Was können wir denn mit einem Pencil großartig machen? Wir gehen echt alles vor die Hunde. The way you are... Ah, da ist mir noch was. Derailt. Das ist... Muss weg. Einfach aus der Spur gekommen. Okay, dann gucken wir mal, ob wir mit dem Stift irgendwie Clementine oder so einen Stift geben können. Oh, 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 oh! Das ist ein verdammter Müll. Hier auch. Nach hier vorne hört es dann auch auf. Okay. Erst mal mit Clementine reden. Duck ist bitten. Okay. I'm sorry about the RV. Keeping her was my call. This one's on me. The radiator's fucking hosed in that thing, so she won't make it 30 miles. We figure this train out, and maybe it turns out she did us a favor. Okay. Has Clementine said anything to you about Doug or Duck or anything I'm worried about? Nein, das kleine Mädchen ist ein Puzzle. Ja, sie ist. Pohre Dug. Gott, wo war es gestorben? Ich weiß nicht. Du standest da, da bist du okay? Ich war. Ich war. Es war schrecklich. Eine der schlimmsten Dinge, die ich noch nie gesehen habe. Entschuldigung, du und... Oh mein Gott, Clementine hat das gesehen. Ich mag ihn sehr viel. Er hat ein paar Zeit in Belgien. Wo ist deine Familie? Ja. Er ist noch weiter weg. Ja? Entschuldigung über die Rv. Ich bin überrascht. Wir sind wirklich auf uns selbst hier draußen. Wir haben ein bisschen Zeit in diesen Trennen. Wurde kommt, wurde. Ein Boxcar ist sicher genug, um zu schlafen. Wie ist Dug? Wie ist er? Ich weiß nicht. Entschuldigung. Das könnte viele Dinge, oder? Ja. Sein Körper ist wahrscheinlich gegen das, was in ihm ist. Genau. Genau. Ist er immun gegen das Ganze? Lass mich wissen, ob hier irgendwas verändert wird. Okay. Hey, sweet pea. Bist du hier gut aus? Ich glaube nicht, Dug fühlt sich gut. Ich auch nicht. Sie wiederholt nur ihren Satz. Okay. Also irgendwas muss hier drin sein. Dass wir hier mit dem Stift vielleicht was anfangen können. Ich weiß nicht. Hier ist nix. Ich müsste irgendwas übersehen haben da draußen. Irgendeine Kleinigkeit wieder. Irgendwas nicht angezeigt. Da kann ich aber nichts machen. Irgendwo muss was sein, womit man das raushebeln kann. Hier oben ist halt einfach nirgends wo was. Ich hab einen Stift. Ja toll. Was soll ich mit dem machen? Was soll ich mit dem Stift machen? Okay. Dann reden wir mal mit ihm. Ja, we is gone. Aha, hey. Und weil keiner redet mehr. Everything's fucked. Hä? Warum geht der Weg auf einmal? Eben hab ich dann nachgeguckt. Was mein ich mit? Da übersieht man dann gern mal irgendwas. Okay. Da ist einer drin. Ich kann also so oder so nicht hin. Hier geht noch was. Oh, fuck. Jesus! Okay. Wenn wir vorsichtig sind. Vielleicht. Wir haben unseren, äh... Spitze. Okay, dann müssen wir ganz, ganz schnell machen. Okay. Was? Was ist denn? Oh, oh Gott! Kids might like those. Okay. Fuck. Du siehst mich, wenn ich versuche, in dem Weg zu gehen. Ja, da bleibt er da hängen. Ja, das kennen wir ja. Aber hier machen wir dann trotzdem mal eine kurze Pause. Dadurch, dass das Episodenformat ist, kann man ja zwischendrin einfach mal abbrechen, auch ohne Speicherpunkt, auch wenn es mir nicht ganz so lieb ist. Und dann sehen wir uns in Folge 3 dann gleich wieder. Tschüss, bis gleich.